Hey was geht, mein Name ist Niklas. Herzlich willkommen zu diesem Video und heute habe ich ein ganz spezielles Video für euch, nämlich eine Case Study von 0 auf 15k pro Monat und ich werde euch wirklich alles zeigen von Produkt, von Fulfillment, von Ad Strategy, Custom Support, wirklich alles was es eben gebraucht hat, um von 0 auf 15k pro Monat mit Shopify Dropshipping zu kommen und ich glaube ihr werdet viel in diesem Video lernen. Witzig ist spannend und ich will gar nicht lange labern. Let's go. Give me that. Watch what I do. Yo, wir sind jetzt in meinem Bildschirm und wie gesagt werde ich euch alles zeigen, was es gebraucht hat, um von 0 auf 15k pro Monat zu kommen. Ihr seht hier nochmal zwei Screenshots, also hier links seht ihr eben den Umsatz von 15.628,90 US Dollar und hier rechts seht ihr das Datum 1. Dezember bis 28. Dezember 2020. Es kommen noch zwei Tage und ich habe nochmal mehr Promos geplant, also vielleicht geht sich das 20k Monat aus, mal sehen. Aber zurück zum Video, zurück zur Case Study. Also in diesem Video werden wir durchgehen, welches Produkt, wie ich es gefunden habe, meine Ad Strategy, ich habe keine Facebook Ads benutzt und ihr werdet noch herausfahren, was ich anstelle dessen benutzt habe. Die Website CRO, das heißt Conversion Rate Optimization und welche Upsells ich benutzt habe. Die Fulfillment Seite, also wie ich die ganzen Bestellungen ausgeführt habe. Da gibt es eine Software, die nennt sich Deessers, die es wirklich so viel einfacher macht das Ganze und die wirklich Dropshipping einfach macht und für alle uns zugänglich macht. Und zuallerletzt Customer Support, was viele Leute vernachlässigen, aber dennoch ein wichtiger, wichtiger Bestandteil ist und ihr keinesfalls ignorieren dürft. Also kommen wir zum Produkt und ich habe das Ganze gefunden auf Instagram, also mit der Feed-Methode. Die Feed-Methode ist eigentlich, dass man scrollt durch Instagram oder Facebook und checkt andere Facebook Ads ab, was die verkaufen. Und wenn irgendein cooles Wow-Factor-Produkt oder eine Facebook-Werbeanzeige mit viel Engagement, vielen Likes, vielen Shares vorkommt, checkt man die Website ab und sozusagen kopiert dieses Produkt oder nimmt es einfach, weil man weiß, dass es ein Winning-Produkt ist. Und bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe auf Instagram herumgescrollt und habe dieses Produkt auf einer Seite gesehen, obwohl es keine Ad war. Also es war ein normaler Post, aber es war ein Produkt da drinnen und viele Leute haben auch kommentiert, where can I get this, where can I buy this? Und da wusste ich, das könnte was werden und wie man sieht, ist es auch was geworden. Also hier rechts habe ich nochmal geschrieben, das Produkt macht wirklich 70% des Erfolgs bei Dropshipping oder E-Commerce aus. Wenn ihr kein Produkt habt, das gut verkauft, dann kann es nichts werden. Der kann eure Website noch so gut sein, der kann eure Ad noch so gut sein. Wenn keiner das Produkt haben will, dann will es eben keiner haben. Und das ist auch der Grund, warum viele Leute aufgeben. Sie testen, keine Ahnung, 5 Produkte, keins davon funktioniert und sie denken, sie machen was falsch oder das Ganze funktioniert nicht. Dabei ist es nur das Produkt, welches nicht funktioniert. Also gebt nicht auf. Ich habe auch noch zum Schluss eine ganz wichtige Message, aber das erzähle ich euch dann später. Mein Produkt hatte den Verkaufsfaktor vom Wow-Faktor. Also wenn die Leute das gesehen haben, dachten sie sich, wow krass, das will ich haben. Es ist kein Problemlöser, aber es hat einen krassen Wow-Faktor. Ich meine, es löst das Problem von, ich will das und das haben, aber nicht ein Problem, ich muss es unbedingt weg haben. Es war in der Beauty-Nische und ich habe es für 11,27 Dollar bei AliExpress bekommen und eben für 34,99 Dollar verkauft. Einmal kurz für 39,99, aber dann wieder zurück auf 34,99, weil ich merke, dass die Conversion Rate eben runterging. Und darüber werden wir auch später reden. Zu meiner Ad-Strategy, also ich habe keine Facebook-Ads benutzt. Zu einem Mal, weil mein Account gebannt war. Zum anderen Mal, weil es im Q4 immer hohe CPMs, also Cost Per Millis gibt, also die Werbeanzeigen teuer sind. Deswegen habe ich darauf verzichtet. Ich habe trotzdem meinen Pixel laufen gelassen und Daten gesammelt und könnte jetzt Lookalike Audiences schalten, was ich auch höchstwahrscheinlich machen werde. Ich hoffe, ich bekomme meinen Account zurück. Ich habe anstelle Facebook-Ads, habe ich benutzt Instagram-Theme-Pages. Das sind einfach Seiten zu gewissen Themen und in meinem Fall Beauty-Pages. Wir haben schon gehört, dass es in der Beauty-Nische war. Also Beauty-Pages gibt es haufenweise. Und ich hatte Glück, dass viele dieser Pages von Indern, beziehungsweise eher, ich gehe mal davon aus, Leuten gemanagt wurden, die nicht so viel verdienen. Deswegen habe ich relativ billig Werbung bekommen. Ganz lustig, wir werden es gleich noch sehen. Mein Ad-Creative, sozusagen das Video oder das Bild, war keine typische Dropshipping-Ad, wie man das vielleicht kennt, ein Video mit vielen Clips, wo so Text drunter ist, sondern es war ein ganz normaler Beitrag. Kein Text, kein Logo, nichts drinnen, nur die Demonstration vom Produkt in Anwendung. Deswegen sind auch die Beiträge auf vielen Pages viral gegangen und haben über 7.000 Likes und so bekommen. Mein Ad-Spend bis zum 25. sollte, das müsste ich noch aktualisieren. Ich glaube, mein Ad-Spend ist 1933. Ich habe die PowerPoint vor ein paar Tagen gemacht. 1933, irgendwas ist der Ad-Spend. Und ich glaube, es ist knapp 9er oder 10er ROAS, also Return on Ad-Spend. Also wie bin ich vorgegangen bei diesen Instagram-Seiten? Erstmal mit dieser Message hier ganz oben in die DMs geslidert, also der Moneybag und dann, hey, what are your Promo-Rates? Und einfach, weiß nicht, 50 Pages oder so angeschrieben. Und ich habe immer versucht, eine Beziehung mit den Admins aufzubauen. Also ich war immer freundlich, ich war immer sehr freundlich und da habe ich immer geschrieben, thank you, thank you so much, can you do that, can you do that, nie irgendwie aggressiv drauf gepusht, sondern wirklich Beziehungen mit diesen aufgebaut. Und ich habe auch gemerkt, dass das wirkt. Und sie haben mir auch immer billigere Rates dann später noch gegeben. Ich habe dann mehrfach mit Pages Promotions gemacht. Und ihr seht hier rechts Spreadsheet, habe ich auch aus letztem Punkt geschrieben. Spreadsheet machen, einfach ein Google-Sheet und schreibt euch den Page-Handle auf den Namen der Page, die Abonnenten, die Engagement-Rate und was ihr bekommt und wie viel ihr eben ausgegeben habt. Das ist ganz wichtig bei Instagram, denn es ist nichts da, dass es trackt, so wie bei Facebook-Ads, sondern ihr müsst das selbst machen. Und immer mit PayPal Goods & Services bezahlen, dann könnt ihr euch, falls ihr gescannt werdet, werdet das Geld zurückholen. Wenn ich ein eigenes Video zu Instagram-Pages und Promotions machen soll, dann lasst ein Like, da schreibt es in die Comments. Dann werde ich das auf jeden Fall machen. Vielleicht machen wir eine Live-Promo, wo ihr dann alles seht. Also dafür lasst ein Like und einen Kommentar. Kommen wir zum nächsten Part, nämlich die Website CRO, Conversion Rate Optimization. Also die Conversion Rate ist die Besucheranzahl und dann mal die Anzahl der Leute, die eben konvertieren, also kaufen. Also wenn 100 Leute auf die Seite kommen und 3 davon kaufen, hat man eine Conversion Rate von 3. Und eine 3er Conversion Rate ist eigentlich schon gut im Shopify-Dropshipping-Space. Und ich hatte, glaube ich, eine durchschnittliche Conversion Rate von 1,4. Ist nicht die beste, aber lässt sich auf jeden Fall ansehen. Also was habe ich gemacht, damit viele Leute gekauft haben? Massiven Discount gegeben, 65%. Das heißt einfach das Produkt als Preispunkt, glaube ich, platziert bei 82,99, was viel zu teuer für das Produkt ist. Aber das ist egal, denn es steht dann dort safe 65%. Also das wirkt schon mal als krasser Discount. Eine kurze Produktbeschreibung gemacht, also nicht zu lange. Ich habe ein GIF verwendet, 3 Bilder, 5 Bullet Points, glaube ich, und ganz unten noch die Shipping Information und eine Garantie. Das ist immer ganz wichtig, Shipping Information. draufschreiben irgendwie 7 bis 25 plus Days, habe ich, glaube ich, draufgeschrieben. Und dann noch eine eigene Shipping Page. Und bei Garantie habe ich eine 30-Day-Money-Back-Garantie hinten, ganz unten an der Page eben dran geschrieben. Hilft auch immer. Dann habe ich hier Quantity Breaks gemacht als Upsells. Das seht ihr hier ganz rechts. Dieses Buy More, Pay Less. Und wirklich großzügig im Discount gegeben. Also bei 2 bekommt man 15% auf, bei 3 20 und bei 4 25. Das heißt, man macht weniger Umsatz pro Produkt, aber trotzdem im Allgemeinen mehr. Also das würde ich euch immer empfehlen, das zu machen. Und ihr habt euch vorher am Screenshot eben gesehen, ich glaube, das hat 1500 von dem ganzen Umsatz gemacht. Also diese App. Dann hatte ich Pre-Upsells. Das heißt, bevor sie kaufen, haben sie noch mehr Produkte eben zum Card hinzufügen können. Und Post-Upsells, also Post-Purchase-Upsells, wenn sie gekauft haben, kommen sie auf eine Danke-Seite. Und dort hat es auch nochmal was gegeben, wo sie nochmal kaufen konnten. Und ein paar Leute haben das auch gemacht. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Was ich mir nie dachte, was ich machen werde, war ein Countdown-Timer und eine Countdown-Timer-Bar. Aber für dieses Event hat es super gepasst. Also ich mache das normalerweise nie auf meinen Stores. Außer hier. Ich habe es zu Black Friday gemacht, wo dann durchgestanden ist, Black Friday Deal Ends In, so wie ihr hier rechts sehen könnt. Und dann eben später nochmal bei Special Christmas Deal Ends In. Und ich habe auch eine Cyber Week gemacht. Und was ich gemerkt habe, ist wirklich, wenn Leute diese Urgency haben, also diesen Timer, dass wirklich das vorbei sein könnte, diese Knappheit eben oder diese Limitation, dann ist die Conversion Rate gestiegen. Ich hatte bei, immer wenn der Timer gelaufen ist, hatte ich glaube ich eine konstante 2,5er Conversion Rate an diesen Tagen. Und sonst irgendwie irgendwas mit 1 bis 1,5. Also da ist eine Lektion drinnen, aber nicht irgendwie den Evergreen Timer laufen lassen, sondern schon immer zu diesen bestimmten Events. Wenn ihr irgendwelche Sales Wochen habt, dann kann ein Timer super nützlich sein, aber bitte nicht irgendwie die Website mit dem Timer zuspammen, wo sowieso die Leute dann wissen, dass es ein Scam ist. Also das ist nicht kontraproduktiv. Und ich habe 300 plus Reviews importiert von Amazon. Nicht von AliExpress, sondern von Amazon. Denn diese sind auch wirkliche Reviews und keine so komischen AliExpress Reviews, wie man sie kennt. Also hier seht ihr 323 Reviews mit Durchschnitt 4,8 Sternen. Also das ist natürlich auch ein großer Trust Factor und hat sicher zur Conversion Rate beigeholfen. Kommen wir zum Fulfillment. Also wie man wirklich das dann beim Supplier bestellt und direkt zum Kunden eben liefern lässt. Das Produkt habe ich am Anfang lange damit gestruggelt, bis ich die Essers gefunden habe, beziehungsweise mir ein anderer davon erzählt hat. Und die Essers ist einfach besser als Oberlo, wenn es dazu kommt, alles zu vollfühlen. Viele benutzen Oberlo. Und ich weiß auch, dass Oberlo eigenes Supplier hat und da auch den Vorteil hat und da gut ist. Aber die Essers ist einfach besser, weil man Bulk Ordering machen kann. Das heißt, man wählt 100 Bestellungen aus und kann die mit einem Schlag bei AliExpress bezahlen und eben 100 Orders wurden gerade ausgefüllt. Ich habe das so gemacht, jeden zweiten Tag gemacht. Und wichtig, unbedingt vorher in die Customer Support E-Mails reinschauen, ob irgendwelche Leute ihre Orders canceln wollen. Ich habe auf meiner Website geschrieben, sie können das, wenn sie innerhalb der ersten 12 Stunden eine E-Mail schreiben, nachdem sie bestellt haben, können wir die Order eben canceln und ihnen das Geld zurückbezahlen. Da müssen wir sie aber auch nicht ausfüllen. Also ist es eine Null-Situation. Und deswegen immer vorher reinschauen, weil vielleicht will jemand die Order canceln und wenn ihr das dann schon vollfüllt habt, ist es halt scheiße. Dann gibt es eine sogenannte Mapping-Funktion, was richtig cool ist. Das heißt, wenn jetzt, sagen wir, jemand aus Nigeria bestellt, das hatte ich in meinem Shop, hat aus Nigeria bestellt, der AliExpress-Supplier hat nicht nach Nigeria geliefert, dann bin ich auf AliExpress gegangen, habe einen anderen Supplier zu diesem Produkt gefunden, habe das dann bei dieser, der nach Nigeria liefert, habe das bei dieser Mapping-Funktion reingemacht und dann einfach auf eben OK gedrückt und dann hat die Essers statt dem alten Supplier den neuen Supplier, der die Bestellung ausführen kann, genommen und hat ganz normal funktioniert. Also das ist ein super cooles Feature und ich habe hier auch ganz unten hingeschrieben, jetzt Like und Abo da lassen. Wenn ich eigenes Video zu die Essers Fulfillment machen soll, ist es wirklich eine krasse App mit viel Funktionalität und ich habe super viel gelernt über diese App im letzten Monat und lass ein Like da, wenn ich dazu auch ein Video machen soll und halt das in die Comments, genauso wie das Instagram-Video. Also wenn ihr das wollt, dann mache ich da gerne ein Video dazu. Und den letzten Punkt habe ich noch geschrieben, auf AliExpress gehen und mit Supplier Beziehung aufbauen. Ganz wichtig, immer schreiben, ob er noch Stock hat, also ob er noch was Auflage hat, dass er auch wirklich rausschicken kann eben und ich habe auch sogar mit meinem Supplier auf WhatsApp kommuniziert. Also das ist immer gut, dass ihr da ein bisschen checkt und mit dem Supplier eine Beziehung aufbaut. Kommen wir zum Customer Support und ich habe hier ganz recht so einen verzwickten Smiley hingemacht. So ist immer das Gefühl, wenn ich meine Customer Support E-Mails aufmache. Also ist nicht schön, aber muss gemacht haben. Ich habe ganz hier hingeschrieben, nicht ignorieren, sonst werden Chargebacks kommen. Das sind, wenn die Leute bei Stripe oder bei Paypal eben solche Chargebacks machen, dass sie ihr Geld zurückhaben wollen, dass sie das Produkt nicht bekommen haben und dann werdet ihr von Paypal gebannt und von Stripe gebannt und das wollt ihr nicht haben. Deswegen macht euch ein G Suite, beziehungsweise jetzt heißt es ja Google Workspace Mail Account, dann könnt ihr eure Gmail Adresse, ich gehe mal davon aus, dass ihr Gmail Mail Adressen für euren Shopify Account verwendet, könnt ihr diese mit eurer Domain verknüpfen und dann eben so eine Domain machen wie support-at-domain.com und dort können euch dann die Leute die ganzen E-Mails hinschreiben und dort geht ihr von mir aus einmal oder einmal pro Tag oder eben einmal alle zwei Tage rein und ich habe ganz unten geschrieben, am Abend reinschauen, erzähle ich euch gleich eine Geschichte dazu und dann könnt ihr dort die Mails eben beantworten und wenn ihr weniger als 20 Mails pro Tag bekommt, dann könnt ihr das easy selbst machen. Ich habe mir dafür ein Antwort-Template gemacht, also einfach ein Word- oder Google-Dokument, wo ganz viele Antworten drinstehen zu solchen Standardfragen und ich habe ja auch hingeschrieben, folgt mir auf Insta at Niklas Simmel, wenn ihr mein Template haben wollt, dann schicke ich euch das, also folgt mir dort einfach, schickt mir eine DM und dann schicke ich euch mein Customer Support Template rüber und einmal pro Tag am Abend reinschauen. Warum genau am Abend? Ganz einfach, wenn ihr ganz in der Früh reinschaut oder am Nachmittag, ihr werdet dort hauptsächlich negative Sachen lesen, also where is my product, also wo ist mein Produkt, es dauert viel zu lange, ich warte jetzt schon drei Wochen, wenn es nicht bald kommt, bekommst du eine Anzeige, habe ich auch mal gehabt und mein Produkt ist nicht angekommen, mein Produkt ist kaputt angekommen, Punkt, Punkt, Punkt und all diese Sachen sind negative Sachen und die wirken sich auch auf eure Mentalität aus, also wenn ihr die Möglichkeit habt, dann holt euch einen Customer Support VA, also Virtual Assistant, aber wenn ihr 20 E-Mails pro Tag weniger als das habt, dann könnt ihr das selbst machen und ich habe das auch gelernt, einmal war ich richtig down, weil ich die ganzen E-Mails gelesen habe, aber dann habe ich gelernt, meine Emotionen davon eben zu distanzieren und das einfach rational anzugehen und dann hat das auch easy geklappt, aber das zu Customer Support, also ignoriert den nicht, macht euch eine professionelle E-Mail-Adresse und behandelt eure Kunden eben gut, weil ohne eure Kunden wäre euer Business rein gar nichts, also ihr müsst sie auch gut behandeln und immer Ethics over Money, also nicht irgendwie gierig werden und den Leuten Schlechtes tun, nur für Geld. Ja und das war alles, worüber ich mit euch sprechen wollte zu dieser Case Study, das war eigentlich meine komplette Strategie, ihr habt die erste Strategie erfahren, in welcher Nische das Produkt war, ich kann euch das Produkt natürlich leider nicht zeigen, weil ich noch plane, dass ich es weiterverkaufe und ich konnte euch den Store leider auch nicht zeigen, aber ich habe euch meine Website Strategie gezeigt und meine Ads Strategie und auf das kommt es eigentlich an und natürlich auf das Produkt, also das sind die drei Bausteine, Produkt, der größte Baustein, zweiter ist Ads Strategie und dritter ist Website und natürlich dann im Backend hat man das Fulfillment und den Customer Support und das war eigentlich alles, was ich euch in diesem Video gezeigt habe, also ich hoffe, es hat euch schon mal geholfen, wenn ja, lass ein Like, ein Abo da, kommt auf jeden Fall mehr in Zukunft und jetzt will ich euch noch zeigen, wie wirklich die Zahlen aussehen für dieses Produkt, also Umsatz hatten wir eben bis 28. Dezember, der ist heute 15.628,90 US Dollar, ich hatte einen Adspend von 1.933,80 Dollar, Corks sind Cost of Good Sold, also den Betrag, den ich AliExpress zahlen muss für die Ware beziehungsweise den Supplier, das war bis heute 6.027,68 US Dollar und wenn man das alles abzieht, dann kommt man auf einen Profit von 7.667,42 Dollar oder 6.279,81 Euro und was noch ist nicht schlecht, also ich bin auf jeden Fall super zufrieden damit, da kommen noch ca. 300 Dollar für Apps und Transaction Fees weg, also aber trotzdem schaut es bei ca. 6.000 Euro Gewinn rum dieses Monat und kann mich überhaupt nicht beschweren, bin super, super dankbar dafür und jo, das Ziel ist jetzt natürlich noch die 20k dieses Monat zu knacken, ich habe für morgen, übermorgen und überübermorgen super viele Promos noch geplant und hoffe, dass es der 20k Monat ausgeht, wenn ja, dann werdet ihr sicher auf Instagram sehen, also folgt mir auf Instagram und jetzt möchte ich euch noch die Lektionen, die ich eben gelernt habe, in diesem Monat mitteilen, also Produkt ist größer als Ad-Strategie und Website, also das Produkt, wie gesagt, 70%, die Ad-Strategie von mir aus 20% und die Website 10% und auf das kommt es an, also sucht wirklich nach einem guten, guten Produkt und testet so viele Produkte wie möglich und jo, das kann ich euch mitgeben, das habe ich gelernt, also Produkt ist wirklich das Größte und ganz unten steht auch noch, ein Produkt kann euer Leben verändern, also wenn ihr von mir aus 20 Produkte getestet habt, die alles scheiße waren, kein Erfolg, dann kann ein Produkt kommen, das wirklich euer Leben verändert und mit dem ihr 100.000 Euro im Monat machen könnt, safe, also ist wirklich so, sucht dieses Produkt, bleibt dran. Leute brauchen einen Grund jetzt zu kaufen, also Urgency, Scarsity, das war das mit dem Timer, da habe ich gesehen, meine normale Conversion Rate war eben 1% bis 1,5%, als ich den Timer angemacht habe, war es eben 2,5% bis 3,5% glaube ich sogar, also wenn man das gezielt einsetzt, dann kann man eine bessere Conversion Rate erzielen und guter Supplier ist super wichtig, ich bin super zufrieden mit dem Supplier, den ich jetzt habe, der schickt wirklich Produkte schnell raus und hat eine gute Lieferzeit, ich glaube 14 bis 28 Tage US und das stimmt wirklich und eben das ist auch super wichtig, also sucht immer nach dem besten Supplier für euer Produkt, ich habe den Supplier glaube ich 3 mal gewechselt für dieses Produkt und das hat sich gelohnt. Wir sind am Ende dieses Videos angelangt und wenn ihr mehr haben wollt, dann lasst jetzt ein Abo da, lasst ein Like da, wenn euch dieses Video gefallen hat, schreibt mir euer Feedback in die Kommentare und welche Videos ihr euch wünscht, vielleicht das Instagram Video, vielleicht das The Assers Video, haut es in die Kommentare und der Hauptgrund, warum ich diese Videos mache, ist eigentlich, um euch weiterzuhelfen, fahr das einfach nicht fast, auch Videos zu machen und mit euch zu connecten, also schreibt mich an auf Instagram, Link ist in der Beschreibung, auf Twitter bin ich auch aktiv, obwohl nicht wirklich aktiv, aber ich tweete manchmal meine Gedanken, also folgt mir auch auf Twitter und ich habe euch eine Hustle-Playlist in der Beschreibung verlinkt und ich bin raus, Peace!